Haare schneiden, oh nein Brock, mach so Wirst du nicht machen? Ja okay, ich mache Du willst und ich mache nicht? Bitte Ich bin betrunken Du bist betrunken? Oha, du trinkst Alkoholiker Ja, doch Stylos, geiles Spiel Doch, doch, schon schön Du siehst aus wie 35 Was? Du lügst Was das? Will eine neue Haarfarbe Nein, was hast du getan? Blond, weiß, schwarz, fertig Oha, weiß? Nein Ich mache weiß Ach, guck mal wie es aussieht Oha, wie gross muss er? Nein, nein, warte Äh, schwarz Wo schwarz? Das ist braun Was ist braun? Karamel Schoki Ich bin voll mit Schoki Okay, blond Ich kann mich nicht entscheiden Und? Wirklich Weiß Ich gucke noch einmal Weiß Zeig Ei Aber das sieht alt aus Nein, nein Mach schwarz Schwarz ist gut Okay Obwohl Belohnt Nein, nein Mach mal schwarz Und alle sind zufrieden Fertig Entfernen Was soll ich empfehlen? Oha Sie will rasieren Amoni Aha Sie hat kaputt gemacht Jetzt hast du geschissen Nein Jetzt weiß man nicht, dass sie so eine ist Oho Jetzt sieht sie menschlich aus Gefällt mir Zeig Ja, gut Jetzt ist sie definitiv menschlich Oho Jetzt will sie duschen Nein Leute, bitte Nicht gucken Nein Raffi Was hast du getan? Oha Ist er tot? Ich glaube er ist besoffen Betrunken Er lebt noch Wir gehen lieber Das wärs jetzt Sie können gehen Unsere Officer befragen die Leute in der Nachbarschaft, falls jemand was gesehen hat Okay, sag mir Bescheid, wenn sie irgendwas finden Was willst du mit ihm machen? Ich hab keine Ahnung Ich bin mit 2.30 Uhr Sie nahmen den ersten Bus, der vorbei kam Und fuhr bis zur Endstation Die Aktion war nicht geplant Sie handelte aus Angst Androiden fühlen keine Angst Abweichler schon Sie werden von Emotionen überwältigt und handeln dann irrational Aber das sagt uns nicht, wo sie hin ist Sie hatte keinen Plan Und kein klares Ziel Vielleicht ist sie nicht weit Vielleicht Vielleicht Warum? Ralph hat was zu essen für das Kind Ist gut für sie Ein Geschenk Wegen der ganzen Missverständnisse Ralph will kochen Wir machen es genau wie die Menschen Menschen mögen Fleisch Komm Kommt, setz dich Schon besser? Ralph hatte große Mühe etwas zu essen für das kleine Mädchen zu finden Es wäre unhöflich, wenn es das ablehnt Oder nicht? Toll Ah, was das? Das ist ganz toll Köstlich Oh ja, köstlich Köstlich Vater, Mutter, kleines Kind Bitte, Carol Ich will das nicht essen Was sagt sie? Sie sagte, es sieht lecker aus Sie ist sehr hungrig Der kleine Mensch wird es nicht bereuen Ralph fing den Besten Den Größten, der da war Das wird ein köstliches Mahlen Köstlich Wie ist unser Ratte? Was denn? Tschüss Ist Ich habe die Leiche gesehen Du hast den Mann getötet, nicht wahr? Nein Nein, er war schon so, als Ralph ihn fand Du sagtest, es soll wie in einer Familie sein Ralph Vater Mutter Kleine Tochter, oder? Ein Vater würde sein kleines Mädchen niemals mit einem Messer zum Essen zwingen Ralf hat sich Mühe gegeben Deshalb Wollte er, dass das kleine Mädchen ist? Ralph ist nicht böse, nein Nicht böse Dann lass uns gehen Jemand zu Hause? Aha Am Zaun klebt blaues Blut Ich weiß, dass noch ein anderer Android hier war So, jetzt wird es spannend, oder? Jetzt wird es spannend Okay, wir müssen Untersuchen die Abweichler Spur Gehen wir mal Schauen wir mal Also dieser Ralphie, ich weiß nicht Ich mag den Ich mag ihn nicht Krank sieht er aus Aber voll Jetzt müssen wir echt aufpassen Nicht, dass Nicht, dass das Kind stirbt, ne? Okay Danke Redman für den Host Dankeschön Ich mag den Ein sympathischer Dude Ja Ich finde auch Ich mag ihn auch Also Abweichler Beschwichtigen blaues Blut Ich suche nach einer AX400 Hast du sie gesehen? Ralph sah niemanden Aha Wie er lügt Also schauen wir ihm alles an Ich hoffe er greift uns nicht an Nee Nee Genau So, da ist das Essen Androiden essen nicht Androiden essen nicht Ja Er schon Wie man sieht Überprüfen Wow Wo sind die, wo sind die hin? Haben sie sich versteckt? Also das muss, das muss ich echt aufpassen Nicht, dass er nochmal stirbt Oh nein Okay, gehen wir mal hoch Vielleicht Beschwichtigen, was heißt beschwichtigen? Das Wort verstehe ich nicht Ist jemand da oben? Nein Niemand Stresslevel 70% Aha Okay Er geht nicht hoch Wieso? Geht das nicht? Guck Guck Es kommt drauf an Wohin ich gehe, ne? Wie ich weg von da gehe Stresslevel Aha Das hast du schon gut gemacht Oh Dann Sind hier doch andere Androiden? Andere Androiden? Nein Ralf ist ja kein Scan Okay Wie er lügt Hinweise Hinweise Ja, okay Dann Brandfleck Aha Aber was jetzt? Beschwichtigen Blaues Blut Am Zaun klebt Blaues Blut Ich weiß, dass noch ein anderer Android hier war Ralf hat sich da aufgeschraubt Das ist Ralf Blut Hey Martin, grüß dich Willkommen Beschwichtigen Beschwichtigen heißt beruhigen Achso Oh Scheiße Ich hätte das nehmen sollen Ah Mein Gott Was ist da? Das Aha Das perfekte Werkzeug, um einen Zaun zu durchschneiden Hab keine Angst Ich will dir nichts tun So Was mache ich jetzt? Soll ich hoch gehen? Ich geh mal hoch Geht gar nicht Aha Warte Nee, geht nicht Ich kann gar nicht Nee, geht nicht Also Komisch Ein bisschen Die Steuerung ist schon ein bisschen Scheiße, ey Ich schwöre Stress mich langsam Aha, jetzt Aha Aha Das haben wir doch schon angeschaut Ja Wieso ist das noch markiert, ne? Das finde ich komisch Komm mal, Lieutenant Bis dann, Martin Schlaf gut Wir sehen uns Bis zum nächsten Mal Bis dann Ah, Mann Leute Aha Da überprüfen Guck mal Ich hab's hier mal geschaut Guck, guck Was ist das? Wieso zeigt das nicht? Oh, Mann Oh, Mann Oho Connor, was ist hier los? Sie ist hier! Melden Sie das! Wo ist sie hingelaufen? Da lang Sie sind auf dem Weg zum Bahnhof Oh Gott, oh Gott Beeil dich! Oh Gott, oh Gott Beeil dich nicht Ich weiß gar nicht Soll er sie fangen? Sie sind da drüben Ja, anstatt zu rennen Sie sind da drüben Rennt doch Oh Gott Nicht schießen! Wir brauchen sie lebendig! Oho Autobahn Nein! Oho Oh verdammt Wahnsinn! Was ist das? Nein! Was ist das? Nein! Oh shit Oh shit Okay Alles gut, wir leben noch Tschüss Hey, hol sie hin! Sie dürfen nicht entkommen Werden sie nicht Sie schaffen es nie auf der andere Seite Das Risiko nicht eingehen Hey, du bringst dich nur um Du verfolgst dich nicht Korkama Das verdammt Okay, wow Endlich Oho Nein! Falsch! Oh fuck Oho 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 Tschüssch Lass dich los Mein Gott Oho 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 Mein Gott Oho Spannend Lass dich zwei Mädels in die Ruhe Ich will sie doch retten Oder? Ja, ich glaube schon Doch doch Bist du okay? Bist du okay? Wow Schon traurig Mein Gott Auf der Flucht Auf der Flucht Lauf 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 Genau Oho Oho Eh you Herr